Chattrasana ist die Sonnenschirmstellung. Chattra ist der Sonnenschirm. Lege dich auf den Bauch und komme dann zu Purna-Danurasana. Fasse mit beiden Händen die Füße im Umgriff. Und von hier ausgehend, gib dann die Zehenspitzen unter den Kopf. Und so kannst du sagen, formen die Unterschenkel wie ein Sonnenschirm für dein Gesäß. Du könntest jetzt noch probieren, die Zehenspitzen zu verhaken und unter dem Hinterkopf zu halten und dann die Hände auf den Boden zu geben. Das sind alles Variationen von Chattrasana. Eine weitere Möglichkeit wäre, du hebst die Füße hoch und gibst die Fußsohlen auf den Kopf. Und so sind die Füße über dir wie ein Sonnenschirm. Wenn also mal viel Sonne ist, dann kannst du die Füße über deinen Kopf geben und so ist dein Kopf geschützt durch deine Füße. Und so ist das, wenn du siehst, dann kannst du das, wenn du siehst, dann kannst du die Füße über deinen Kopf geben. Und so ist das, wenn du siehst, dann kannst du dich aus. Und du siehst, dann kannst du die Füße über deinen Kopf geben.